hallo na was machen wir denn mädchen kann mir mal gucken ob du irgendwas dabei hast so haben wir irgendwas wo die mama zettel hinterlassen hat oder irgendeine kleinigkeit kommen sie mal zu mir sind der busfahrer sie haben das kind überhaupt nicht bemerkt habe nichts gesehen und nichts gehört sie haben keine kamera da drin gar nichts von hinten oder so ja aber ich habe darauf nicht geachtet ob einer raus oder rein jetzt und weil der bus war poppe voll viele noch mit ihrem handy beschäftigen der smartphone und von der welt abgeschnitten und keinen plan kein nix keine ahnung